Ja, das Problem ist, dass sie alleine diese Entscheidung gar nicht treffen kann, weil das sind wieder die Staats- und Regierungschefs, die einstimmig entscheiden müssen, dass es zu einer Verschiebung des Brexits kommt, wenn es ausreichend Gründe dafür gibt und wenn Großbritannien das auch möchte. Und das müsste eigentlich vor dem 31. Oktober passieren, das heißt, bevor von der Leyen eigentlich in Amt und Würden ist. Das heißt, sie kann natürlich in diese Richtung hinarbeiten, sie kann Überzeugungsarbeit leisten, wenn es ausreichend Gründe gibt, aber sie kann das nicht entscheiden.